Hallo Herr Seekräuter, willkommen zu diesem Ausblick und zwar auf einen russischen leichten Kreuzer. Hier ist die Smolensk, Tierstufe 10. Weiß ich mir ein bisschen spät ran mit dem Ausblick, war ja im Urlaub, hole ich jetzt quasi gerade nach. Und ja, einmal unser Rundumblick, sieht ja schon mal richtig geil aus, der Teil sofort russisch zu erkennen. Hat eine ganz spezielle Architektur der Türme und zwar hier vier Rohre in jeweils einem Turm. Und wir haben vorne zwei und hinten zwei Türme verteilt. Kommen wir jetzt direkt zu den Details, so ein bisschen, was jetzt im Supertest so drin steckt. Im Moment sieht es so aus, 70 Millimeter Panzerung an der Seite, heißt total leicht zu Zitadellen, weil das nämlich hier auch gleich die Zitadellenbeplattung ist. Dahinter ist nichts, hier vorne haben wir 16, hinten haben wir 16 Millimeter, Aufbau 13. Ist also, ähm, ja, ein bisschen besserer Zerstörer, könnte man meinen. Ein Zerstörer mit Zitadelle, so ungefähr, wird sich das wahrscheinlich anfühlen. Hier kommen auch 152 Millimeter relativ gut durch, durch die Panzerung, mit der richtigen Distanz. Also, da muss man sich schon wirklich vorsichtig bewegen. Wie sieht es aus mit der Überlebensfähigkeit? Äh, hier, keine Torpedo-Schadensveränderung, direkt 32.400 Trefferpunkte, das war es bei dem Dampfer. Okay, kann man schon mal mitnehmen, äh, ist auf jeden Fall ein sehr anfälliges Schiff. Wenn du getroffen wirst mit dem Ding, bist du wahrscheinlich relativ schnell raus. Dafür hat das Ding eine coole Stärke. Und zwar, wie gesagt, die, unsere vier Türme, viereinhalb Sekunden Nachladezeit, jeder Turm hat eben diese vier Läufe. Das heißt, wir haben insgesamt 16 Mumpeln, im besten Fall in der Luft, äh, mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 8%. Geringe Streuung, also Kreuzerstreuung, die Türme drehen saumäßig schnell. 15,6 Kilometer schießen wir weit, der Schussbogen ist recht flach, 950 Meter die Sekunde ist die Anfangsgeschwindigkeit der AP- oder HE-Granaten. Also, ihr habt hier wieder beide Varianten, die ihr verschießen könnt. 130 Millimeter, das sagt uns sofort, wir können erweiterte Schießausbildungen hier raufskillen, um 20% die Reichweite zu erhöhen. Das wäre die Option über den Kapitän. Oder wir gehen in den Slot 6 bei den, äh, Verbesserungen und bauen da die Feuerleitanlage aus und haben dann 16% mehr Reichweite. Das bringt uns, äh, wenn wir es über Kapitän machen, 18,6 Kilometer. Wenn wir es über die Module machen, auf 18 Kilometer Reichweite. Und das sollte reichen. Ich glaube nicht, dass wir hier beides skillen müssen, um noch auf 21 zu kommen oder sowas ähnliches. Dann sind die Mumpeln doch trotzdem relativ lange unterwegs. Panzer Durchschlagskraft für die Sprengmunition, also für die HE-Granaten, 21 Millimeter. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt bei der einzelnen Geschichte. Was können wir denn mit 21 Millimeter penetrieren? Da bleiben uns ja nur die Aufbauten der Schlachtschiffe. Aber nur die Aufbauten, kein Deck, irgendwelche Sachen. Weil Schlachtschiffe haben in der Regel auf der Tierstufe 32 Millimeter Panzerung. Und, äh, das ist, ja, einfach zu viel dann schon. Da bleibt uns dann einfach nur diese Möglichkeit, eben einen Brand zu legen im Hinterkopf. Wodurch wir dann Schaden machen. Aber durch die Einschläge bei 32 Millimeter, die Munition wird einfach abbrechen und keinen Schaden verursachen. Nur, wenn ihr eben die Aufbauten trefft. Bei Kreuzern sieht das einen Ticken anders aus. Bei 21 Millimeter noch nicht. Aber solltet ihr hier EFA-E raufskillen, kommt die Penetrationskraft bis auf 27 oder 28 Millimeter hoch. Und damit könnt ihr dann auch ein paar Kreuzer treffen. Jetzt muss man sich aber dann mal die Praxis vor Augen führen. In der Regel seid ihr wahrscheinlich nicht auf 10 Kilometer an dem gegnerischen Kreuzer dran, sodass ihr eine vernünftige Schussbahn habt. Und ihr müsst relativ weit vorhalten und dann halt irgendwie, keine Ahnung, eine Widgeta oder eine Desmo oder sonst was, da zu versuchen zu penetrieren. Denn die haben halt auch 27 Millimeter Panzerung. Also es geht dann gerade so, dass ihr diese Kreuzer trefft. Die sind allerdings schnell wendig und so weiter. Wird schwer, die Sachen zu treffen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das als Option betrachtet, EFA-E oder eben nicht. Ich würde wahrscheinlich erst mal so initial, wenn ich das Schiff testen würde, wenn ich das könnte, dann mit EFA-E irgendwie mal probieren. Also ohne EFA-E, sondern mit Bränden probieren, hier zu arbeiten. Dann kommt man nachher auf 10,5 Prozent, wenn man den Sprengmeister dazu packt. So was in der Art. Gucken wir uns doch schnell die Torpedos an. Acht Kilometer weich, Reichweite 60 Knoten. Jede Seite hat fünf Rohre. Also jeder hat einen Werf am A, fünf Rohre. Dann haben wir eine sehr gute Flugabwehr. Das wird eine der Stärken dieses Kreuzers sein. Es ist ein Mitfahrer mit der Flotte und soll mit der Flugabwehr diese Schiffe so ein bisschen unterstützen. Der CV-Play soll noch ein bisschen anspruchsvoller werden. Denn der Dampfer ist halt auch sehr, sehr spät erst zu entdecken. Über die Schadenswerte, da gehe ich jetzt einfach mal so kurz drüber. Könnt ihr dann raufgucken, wenn ihr hier Pause drückt und so Sachen. Das ist alles noch Work in Progress, was ich euch hier erzähle. Das heißt, das ist nicht final. Da kann sich also auch noch ein bisschen was ändern. Die Grundcharakteristik wird aber dann doch wahrscheinlich erhalten. Deswegen zeige ich euch jetzt schon das Schiff. Wir haben 35 Knoten Höchstgeschwindigkeit, 750 Meter Wendekreis, 8,2 Sekunden Ruderstellzeit. Das können wir dann runterskillen und wir haben eine gute Verborgenheit. Denn die Verborgenheit zur Luft sind 5,6 Kilometer. Das wird sich sicherlich noch ändern, weil es ist nämlich festgelegt worden, dass die Schiffe immer so weit aufgehen, wie weit sie auch mit der Flak schießen können. Das heißt, das wird wahrscheinlich dann auf 6 Kilometer noch angepasst werden. Das ist zumindest vor einiger Zeit passiert. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt nochmal ändert. Aber ich denke, nicht. Also von daher, 6 Kilometer sollte da stehen. Jetzt sei denn der Einsatzbereich, der Flak ist irgendwie weiter. Aber sonst ist man als CV ja auch schon angearscht. Dann ist man ja schon voll in den Sektoren, bevor das Schiff überhaupt aufgeht. Von daher hatten sie das ja damals eingeführt. Wir haben dann auch noch Verbrauchsmaterial hier bei dem Schiff. Ich hatte es eben schon kurz angesprochen. Schadensbegrenzungsteam ist natürlich verfügbar auf Platz 1. Auf Platz 2 könnte man austauschen. Defensive Flakfeuer, was es hier gibt. Das erhöht den Schaden um jeweils 100% bei den Explosionen und beim kontinuierlichen Schaden. Oder eben die hydroakustische Suche. Dann müsst ihr euch entscheiden, ob ihr lieber Luftabwehr oder dann eben Zerstörerabwehr macht, sozusagen. Oder dann in Platz 3 gibt es dann den Nebelwerfer. Der ist auch ganz interessant. 89 Sekunden lang steht die Nebelwand. Und wir haben hier noch in Platz 4 eine Reparaturmannschaft dabei, damit ihr den Damage, den ihr fresst, ein bisschen wiederherstellen könnt. Das sind die Sachen, was die Smalllands mitbringt. Ich denke, das wird so eine Art Feuergott. Weil wir kommen nachher auf 10,5, 11% mit Signalflaggen an Brandwahrscheinlichkeit. Bei der Masse an Mumpeln, die ihr hier rausschmeißen könnt, ist wahrscheinlich am sinnvollsten. Aus meiner jetzigen Sicht, ihr könnt es ja nicht fahren, ihr könnt es nicht testen, sondern nur die anhand der Daten so ein bisschen interpretieren. Ist es wahrscheinlich eher so eine Brandschleuder. Eine richtige HE-Schleuder mit Nebel. Ich sage mal, wow, das Ding könnte eine Menge Spaß machen. Allein schon auch wegen dem Design, der kurzen Turmdrehzeit und so eine ganze Geschichte. Ich bin gespannt, was ihr mir dazu unter diesem Video kommentiert, wie ihr diesen Dampfer seht. Und ich denke, das auch hauptsächlich ein großes Problem für CVs werden soll. Also, dass das einfach anspruchsvoller wird, dass mehr Anti-Air-Kreuzer im Spiel integriert sind, damit das ein bisschen herausfordernder wird, auch in Zufallsgefechten für den Träger vernünftig Schaden auf die Schlachtschiffe, die zum Beispiel neben der Mosmolensk im Nebel stehen oder beim Nebel sind oder einfach in der Nähe sind, da zu torpedieren. So, jetzt haben wir es. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein! Euer Siekrautsteam, euer Maracha. Ciao, ciao! Ciao! Zero Hours